Frank Brahm steht sind wir jetzt. Mal sehen, ob wir da rüberkommen. Volle Pulle hier. Na, heute mit Musik. Mal gucken. Heute ist der 21.10.2012. Wir wollen nach Burgstedt, das Teilemarkt. Und hier ist Bad Bramstedt. Schauen wir uns mal an. Die Auffälligkeiten hier gleich mitnehmen. Es ist Herbst. Ja. Hier muss ich ein bisschen anhalten. Los. Bad Bramstedt ist ja auch ein Problemort. Zu einem Problemort geworden hier. Da fahren so allein kleine Autos rum hier. Die ganzen Verkehr behindern. So eine Vierkantautos. Die erste Tempel ist doch wahr. Und sowas gibt es hier zu vermieten. Wer hat wohl auch gehört. Die Punkte aber hier ist das Beste gefunden. Also Radstedt. Sonntag morgens. Die Musik hier zum Aufwachen. Yeah. Da ist ein Kind klein. Was ist da denn hier? Ein Lazarin. Ein Eiskaffee. Hier ist eigentlich ein Kurort. Sonst würde das ja nicht Rad heißen. Das ist mein Handy runtergefallen. So eine Power hat meine Karte hin. Das ist auch Musik aus. Was wär's denn? Hier verfolgt ein großes, schwarzes Kind. Ein kleines, schwarzes Kind. Habt ihr das gesehen auf dem Verkehrsschild? Das ist ja grauenhaft, dass sowas dargestellt wird. Na? Nicht gut. Was? Mein Handy aus. Und wir versuchen. Das gibt's hier alles so. Guck mal, da ist nochmal so ein Verkehrsschild. Nächstes Mal, wenn ich hier komme, ist das weg. Bitte. Das ist ja aus dem letzten Jahrhundert. Das wollen wir nicht. So. Hier wollen wir aber hoch. Nach Brockstedt. Weg hoch. Das ist ja für die Klapperkarre da vorne ein Problem. Oh, er schafft schon 50. Schafft er. Jo, das macht er. Die See wird weniger. 35 noch. Hier, sozialer Wohnungsbau. Bei Schwarmstedt. Muss auch sein. Man will auch leben. Hier, was ist das denn? Das soll doch ein Kurort sein. Riesengebäude. Hab ich nur nicht erwartet. Da ist ein Sportplatz. Das wär's auch schon. Räumenschutz.